Ich rieche da jetzt nicht gerade an. Das war so voll volles Blut. Der muss schon seit Tagen nur rumrennen, ne? Hat er sich auch nicht bewegt? Den Füßen? Hat er sich bewegt? Ja, er ist getrapt und alles. Ich wollte ja, dass er auf mich zurückkommt. Aber diese Löcher heilen eigentlich ganz gut, wenn das erstmal alles raus ist. Man denkt immer, das wäre ja ein riesen Problem. Mir ist hier drinnen gerade einer kaputt gegangen. Naja, das müsste in der Möglichkeit vermieden werden. Weil dann entbilden sich immer diese fiesen Abzesse, wenn die Mangel beim Ende der Haut explodieren. Was ist denn das hier? Das ist kein Problem. Da waren ganz viele zusammen. Dieses Riesenloch meistens. Aber das scharft so, habe ich das Gefühl. Oder? Scharft so. So. Boah. Der Schande da unten in der Papere. Ey, Mann. Goodness. Der Schande das Bruder ist heute im Hintergrund. Ich war der Schande. Ich war der Schande, der Schande da unten in der Küche.